Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Nordrheinischen Marsch Vierfach. Heute bereits schon am Mittwoch. Ich habe gestern ein bisschen versprochen bei der Staupenbach. Kann das sein? Ach, ist auch egal. Wir sind wieder zurück von der FarmCon. Wir sind wieder zurück hier beim... Warte mal, habe ich hier einen neuen Kurs gemacht? Beim Ansehen. Ich habe gerade einen Kurs nochmal aufgerufen. Aha, hier, den brauchen wir. Sehen von der Ecke. Genau, da ist der richtige Kurs. Weil ich möchte natürlich gleich hier weiterarbeiten lassen, die Leute. So. Ne, brauche ich gar nicht. Quatsch. 34 Minuten, das müsste sich vielleicht so ausgehen. Mal schauen. So, was haben wir denn hier wo stehen? Feld 2. Du warst wahrscheinlich gerade am Spritzen. Düngen. Ist das die... Ja, das sieht... Ne, das sieht nicht gut aus. Ne, das sieht gar nicht gut aus. Warte. Düngen. Warte mal. Habe ich die ganzen Kurs vergessen einzupacken? Wahrscheinlich, ne? Warte mal hier. Hier, F2-Düngerspritze. Das sieht doch sehr viel besser aus. Gut, dann lassen wir... Machen wir hier weiter. Weil dann läuft das auch schon mal besser. So, dann schauen wir gleich mal, was wir noch so rumstehen haben. Ein Hürlimann. Ja, gut. Mr. Ferguson, Fendt. Oh, hier, ja. Hier wird es auch eine geile Neuerung geben. Das wurde sich nämlich sehr viele von euch gewünscht. Ich habe natürlich auch den ein oder anderen auf der Farmcon interviewt. Und was wollen wir denn hier machen? Und wie soll es denn weitergehen? Und sehr, sehr viele haben mir gesagt, ich soll mir unbedingt... Das war deren Wortlaut. Unbedingt soll ich mir einen Big X kaufen. Das war wirklich... Also das wurde sich wirklich so oft gewünscht. Da haben wir gedacht, habt ihr euch abgesprochen? Oder was ist da los? Aber das ist wohl wirklich ein Thema, was sich sehr, 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 sehr viel gewünscht wurde. Ich muss noch gucken, dass meine Katze jetzt nicht auf das... Auf die Tastatur aufhüpft. So, warte mal. Ich habe einen mit reingenommen. Einen Big X. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich muss noch gucken, wo er drin ist. Nee, hier ist er nicht drin. Nein, hier ist er auch nicht drin. Ist er bei Traktoren? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Oh, hier haben wir schöne Sachen mit reingenommen. Schöne Sachen haben wir hier mit reingenommen. Nein. Katze, willst du vielleicht weggehen? Geht das? Wäre richtig geil von dir. Hier ist es auch nicht drin. So, lass mal gucken. Wo könnte das drin sein? Nein? Ah, bei dem Mähwerk wahrscheinlich, ne? Jo, Werner, du bist auch ein Depp. So. 289.000. Wobei, das ist der, der aber wirklich sehr viel kann. Das muss man einfach mal so sagen. Und zwar ist es derjenige, welcher, welcher auch, glaube ich, in Schwad ablegen kann. Und des Weiteren, der sogar hinten noch eine Ballenpresse anhängen kann. Das war, glaube ich, auch ein Wunsch von euch, dass wir den wirklich so mit reinnehmen. Warte mal, ich muss kurz die Katze auf den Boden werfen? Nee, Schatz. Ähm, so, du bist aber fertig hier. Wunderbar, wunderschön. Die Katze ist schon wieder da. Okay. Das wird doch nichts. Dann kannst du mir mal nach Hause fahren, würde ich sagen. Und dann müssen wir uns mal orientieren, was wir gemacht haben, was wir noch machen müssen und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass wir, warte mal, Feld 1 war doch noch nicht reif oder irgendwas war da doch. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Du, ist schon wieder jetzt ein paar Tage her, ne? Wenn du das wirklich ein paar Tage nicht machst, das Ding hier, dann wird es schwierig. Ja, ich habe natürlich auch den Map-Ab-Bauer kennengelernt hier und zwar der gute Feed-Action-Let's-Play mit seiner Frau und mit seinem Kind. War ein sehr, sehr netter Trupp, sagen wir mal so. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch ein bisschen gequatscht und so weiter, wie es so weiter geht und war für alle, für alle, für alle cool, die Leute da kennenzulernen. So, Katze, jetzt wird es aber dann ernst, ne? Jetzt müssen wir uns dann getrennte Wege gehen, weil ich muss hier, ne? Weiß er Bescheid. Ähm, warte mal. So, was haben wir denn hier noch drauf? Wir haben Wachstum, Wachstum. Es ist erntereif. Ist das euer Ernst? Warte mal, lass mal die Spritze irgendwo reinstellen jetzt hier. Das ist erntereif. Ich werde verrückt. Boah, ich habe keine Stimme, ey. So, wir gehen gleich mal jetzt den Drescher anwerfen und gleich mal rüberfahren, weil darauf haben wir jetzt wirklich ein bisschen gewartet, ne? Dass das wirklich jetzt mal reif wird hier. Ähm. Dünnelt. Erstmal Licht an, erstmal zurückfahren. So. Gut. Dann machen wir mal das hier an. So. Das ist eine gute Idee, Rainer. Schneiderfahrt können wir auch mal hoch machen. Das wäre auch eine richtig gute Idee von hier. Wächst das hier schon wieder? Ist das wirklich... Oh, hoppla. Ähm. Ist das wirklich schon, dass man jetzt sagen kann, jo, hier ist schon wieder gewachsen? Lol. Ehrlich jetzt? Das geht aber richtig schnell hier, ne? Aha, ich habe die falsche Ausfahrt gefehlt. Aber ich glaube, hier rechts kommen wir raus. Sollten wir zumindest. Ja, der Plan war gut. Oh, der Plan war richtig gut, aber die Ausführung war richtig doof. Warte mal. Ich habe ein kleines Dilemma. Ich habe ein zu großes Ding vorne dran. Boah, jetzt werden sich die meisten wieder abschleppern. Äh, warte. Wir müssen das ein bisschen kontrollierter machen hier. So. Äh. Alter. Seht ihr gerade, was man immer ausmacht? Das bin ich nicht. Das ist die Katze. So, warte. Dann werden wir jetzt hier mal... Wir werden einfach mal ganz frech, ne? Ganz frech, wenn wir heute durchs Gebüsch fahren. So, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Jetzt, äh, ist natürlich die nächste Frage. Feld 1 ist das. Feld 1. Dreschen. Dreschen abtanken? Nein. Haben wir keinen Drescher-Kurs? Lol. Ehrlich jetzt? Okay, warte. Müssen wir gleich anmachen. Da ist übrigens der VIP-Brunnen. So, wir fahren nochmal ganz fix rüber. Alter, das ist ja mega schmal hier, ne? So, ich würde sagen, wir fangen hier an, oder? Wie immer, zweimal Vorgewende. Ähm, und dann läuft sie, Luzi. Machen wir mal den Drescher auf, weil sonst wird das nix hier. Okay. Okay. Dann machen wir jetzt hier. Ja, machen wir das so. Feld, ach, Feld 1. Jawohl. Zweimal Vorgewende. Und zack. Gut. Das sieht eigentlich ganz positiv aus, ne? Muss man mal so sagen. Ich glaube, wir können los. Ja, das sieht echt ganz gut aus. Äh, ja. Mach einfach mal so weiter. Stroh. Oh. Dann müssen wir noch was ändern, da Kollege, ne? Kann ich... Ah, warte, 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 warte. Stopp. Das Stroh muss abgelegt werden. Wir brauchen jedes Fußelchen Stroh hier. So, läuft, läuft. Spritzer steht erstmal jetzt hier Parkplatz. Genau. War denn jemand schon auf dem Weg zum Schwaden? Glaube nicht. Genau, hier ist der LKW. Ja, lol, hier müssen wir auch nochmal weitermachen, ne? Ja, das ist halt eben ein bisschen schwieriger. Aber wir schaffen das. Stroh, wurde mir gesagt, kann ich hier vorne abladen. Weil ich bin schon froh, dass wir schon so einen geilen Fuhrpark haben, ne? Und das Projekt kommt auch richtig gut bei euch an. Ich hab, wie gesagt, Farmcon ein bisschen gefragt. Äh, und da Nordrheinische Marsch wurde da mega gehypt. Hab immer gedacht, wird halt noch abgeladen, oder? Aber es freut mich sehr. Es freut mich wirklich sehr, dass das so gut bei euch ankam. So, noch ein bisschen Silage. Und dann kann die Luzi hier losgehen, ne? Aber dann ist es hier... Silage ist kein Problem. Haben wir am Lager. Nochmal vollen Anhänger hier hin und dann passt das auch. So. Ähm, jetzt, äh, müssen wir den mal zurückschicken. Von der Rinderzucht, warte. Rinderzucht zum Hof. Jawoll. Zack. 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 Äh, was nicht, was, äh, nicht alle gewusst haben tatsächlich. Ich muss das mal kurz wegstellen hier, so. Ähm, ist, dass, äh, die CP-Kurse, so alle zwei Wochen aktualisiert werden von Paul und von mir, dass die CP-Kurse in der Mod-Liste zu finden sind. Die Mod-Liste findet ihr in der Videobeschreibung. Die hat auch der liebe Paul gemacht. Der ist da sehr, sehr aktiv. Aha, hier wurde was gearbeitet. Ähm, aber, ja. Habe ich natürlich nicht gespeichert, ne. Da, da ist es. So. 34 Minuten brauchen wir noch hier. Perfekt. Äh, lol. Passt. Hier haben wir noch einen Lader. Also, wir werden wahrscheinlich die ersten 10 Minuten nur damit verplempert haben. Ja, aber jetzt sind wir wieder am Anfang. Nur damit verplempert haben, zu sehen, wer oder was wirklich neu ist. Oder was wirklich, äh, was wieder bewegt werden muss, ne. So, lass mich kurz überlegen. Wir können einen... Achso, warte mal. Wie war denn das nochmal? Wir haben ja nichts mehr gemietet, ne. Genau, gemietet haben wir nichts mehr. Wir müssen uns die Ballenpresse kaufen. Das wurde auch so besprochen. Das ist auch so. Das werden wir auch so machen. Äh, die kostet, glaube ich, 150. Warte, lass mich nochmal schauen, bevor ich jetzt lüge. Weil die Lagerballen kommen halt schon recht gut an. 135 kostet die. Ähm, die können wir eigentlich gleich kaufen, weil die war besprochen. Gucken wir nochmal ganz fix zum Handler, ob da nicht noch was rumsteht, was ich schon gekauft habe. Ne, hier steht nichts mehr rum. Hier steht nichts mehr rum. Perfekt. Das heißt, wir können diese Maschine kaufen. Null haben wir. Perfekt. Die kaufen wir jetzt schon mal. Felgenfarbe. Ist mir egal. Lass mal das so. Kein Problem. So. Aber, 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 es geht auch um den Schwader und da haben wir ein bisschen Probleme, weil den können wir uns jetzt nicht mehr kaufen. Wenn wir den verkaufen, wenn wir den verkaufen würden, könnte man sich den kaufen, wir brauchen dringend einen größeren Schwader. Das wurde auch von euch so gesagt. Das wurde auch von euch so gesagt. Jetzt können wir mal gucken. Und wir gucken, dass unbedingt mal das alte Zeug wegkommt. Weil wir haben sehr viel Standard-Equipment noch, was ich eigentlich nicht mehr brauche, was aber immer noch so rumsteht. Und der muss dann Schwaden gehen, unbedingt. Der muss Schwaden gehen und der hier wird jetzt der Abfahrer werden. Ja, ich muss jetzt einen Abfahrer bestellen für die Eins. Weil da natürlich einiges jetzt, ja, der Drescher ist voll. Da steht zufälligerweise ein Anhänger. Das ist sehr, sehr gut. Feld 1. Ich hoffe, dass der leer ist, Anhänger. So. Also die Anhänger werden auf alle Fälle, da ist noch Silage drin. Die Anhänger werden auf alle Fälle nicht verkauft, das kann ich euch schon mal sagen. Weil die Anhänger, ähm, Die Anhänger sind einfach perfekt zum Abfahren, wie ich finde. Und das möchte ich auch so beibehalten. So. Ähm. Drescher abtanken. Wo ist der Kurs, bitte? Ah, ich verstehe. So, warte mal. Wir fahren jetzt mal, oh, guck mal, wer da kommt. Wir fahren da jetzt mal eigenständig hin. Ähm. Und werden da jetzt mal schauen. Drescher abtanken muss die Nummer 1 sein. Das geht nicht anders. Das hat auch einigermaßen funktioniert, ne? So ist er nicht. So, das ist Drescher abtanken. Dann haben wir, ähm, Dann ist er voll. Dann haben wir Feld 1 zum Hof. Dann haben wir am Hof selbst natürlich wieder unsere Standardstrecke, äh, Abladen-Silo. Ja. Und dann haben wir wieder vom Hof zu Feld 1. Und das müsste dann passen. Jetzt müssen wir noch umstellen, dass er das macht. Und dann müssen wir jetzt noch umstellen, dass er den... Das ist er. Da ist es doch richtig. 350 Meter steht, weil er voll ist. Ja. Ähm, los. Bin sehr gespannt, ob das jetzt alles funktioniert, wie ich es so geplant habe. Aber wir lassen ihn einfach mal machen. Ja, du musst mal getankt werden, habe ich gehört. Aber da kommen wir auch zu. Da kommen wir auch zu. Versprochen. Jetzt glauben wir gerade nochmal eine pure Silage auf für die Rinderzucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden auch nochmal... Also, ich werde versuchen, diese Woche noch die ganzen Golden Nuggets zu finden, weil das auch ein wichtiger Punkt ist. Silage. Oh, warte mal. Häckselguter war auch noch hier drin. Sila. 560. Yo. Ist ein bisschen was da. So, hier wird noch gestriegelt. Sehr schön. Dann haben wir... Hier wird gesät. Sehr schön. Der ist voll. Wird geliegt. Perfekt. Der hier wird jetzt hochfahren zum Kollegen. Achso, nee, Quatsch. Der hier wird jetzt... Oh, gegen die Wand fahren. Und zwar wird er dann, nachdem er an die Wand gefahren ist, wird der Kollege hier erstmal was mitnehmen zum Händler, in der Hoffnung, dass wir einiges in Geld bekommen, damit wir uns noch was Schönes kaufen können. Der Ladewagen könnte weg, meines Erachtens. Wir gucken aber gleich nochmal, ob wir eine Alternative haben. Die Düngersteuer muss bleiben. Die Fräser bleibt auch. Die Dolly bleibt auch. Äh, der Schwader, ja, weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir den brauchen. Lass uns mal gucken, was wir noch alles finden. Ähm, die Anhänger bleiben, die Gewichte bleiben. Wir haben zwei Ladewegen, ne? Das wird sich sowieso bald erledigt haben, deswegen würde ich tatsächlich den Euro-Boss jetzt weggeben. Wie viel bekommen wir denn noch für den Euro-Boss? Für den kleinen Ladewagen? 22.000. Das reicht für den neuen Schwader. So, dann kommt der jetzt weg. Äh, dann fahren wir ganz fix zum Händler. Ne, wir lassen zum Händler fahren. Ne, wir fahren zum Händler. Ne, wir fahren... Wir lassen zum Händler fahren, weil dann kann ich noch den LKW schnell, ähm, den LKW schnell auf Spur bringen. Ja, danke dafür. So, perfekt. Du fährst los. Jetzt nehmen wir den nochmal, den bringen wir dann... Lassen wir uns zur Rinderzucht fahren, weil dann läuft die Produktion der Rinder auch schon mal. Sehr, sehr gut. So, einmal hier wenden. Ich mag den LKW einfach, ne. Ich finde ihn so cool. Hof-Rinderzucht. Wir müssen da mal ein bisschen Ordnung wieder schaffen, ne. Das ist ja Wahnsinn, was hier alles drin ist. Das passt. So, lass uns kurz gucken hier oben. Der Master Ferguson hat 750% Gerste. Das heißt, das Abtanken, das er vollautomatisch hat, funktioniert. Er fährt wieder dahinter, steht der Abfahrer bereit. Den können wir jetzt sofort übernehmen. Oh, oh, opala. Boah, ist so stürmisch wahrscheinlich, ne. Oder ist der Ladewagen ein bisschen... Der ist ein bisschen breiter als wie der Traktor, ne. Ah, da könnte es gelegen haben. Warum fahre ich mit dem Traktor? Ganz einfache Rechnung. Weil, ähm, der den Schwader schafft. Von der PS-Zahl her. Die anderen sind alle unter 100 PS. Äh, die hätten den nicht geschafft. Den Schwader, den wir jetzt kaufen werden. Und zwar wird das der Lally. Weil der, der hier kostet viel zu viel. Und wir haben hier 110 PS. Das reicht uns voll. Also das wird passen. Sollte passen. Dann haben wir noch 15.000 und, äh, haben aber wieder kräftig aufgerüstet. Nehmen wir es jetzt einfach mal. Das müsste passen. Das sollte da auch kein Problem mit haben. Den würde man jetzt hochfahren lassen auf die Wiese, äh, 11. Wiese 11 zum Hof. Ne, vom Hof zu Wiese 11. So ist richtig. Ah, warte, wir müssen ein Stück zurückfahren. Weil der Kurs geht hier vorne rum. Hier sieht man auch den Deutz mit der Sehmaschine rumfahren. Sehr schön. Das funktioniert auch wunderbar. Wir müssten, lass mich mal kurz gucken. Ja. So. Let's go. Oh, das sehe ich nicht so gerne, tatsächlich. Aber das sollte hoffentlich nur einmal passiert sein und jetzt nicht mehr. So. Gut, dass wir geguckt haben. So, was ist eigentlich hier los mit unseren Paletten und so weiter? Alter Falter steht in hier Paletten rum. Okay, der MN kann gleich wieder losfahren. Ähm. Hier steht die Produktion still. Weil. Was fehlt? Und was fehlt? Ich schätze Hackschnitzel. Brennstoffe. Hackschnitzel fehlen hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber bringen wir hin. Kein, kein, äh, Grund zur Panik. Dafür haben wir ja die kleinen Traktoren lagelassen. Weil ich genau gesagt habe, die kleinen Traktoren kommen nicht weg. Erstmal. Weil wir einfach, ähm, so viele Sachen mit denen noch machen können. Weil für die Überführung der Hackschnitzel ist ein Höhlimann plus einen kleinen Akkolliner vollkommen ausreichend. Da muss nicht irgendein großes XXL-Ding rein, sondern das ist vollkommen ausreichend. So. Du fährst mir jetzt. Ich war, glaube ich, bei der Holzverarbeitung. Holzindustrie, glaube ich, war das. Äh. Ja. Ist richtig. Das ist richtig. So. Du fährst mal das hoch, weil dann müssen wir ein bisschen hier, ne, gucken. Ne, 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 mach nicht diesen. So. Äh. Der ist voll. Der fährt ab. Ich brauche jetzt den hier. Du musst mir jetzt auch mal hochfahren. Auch ein richtig geiles Gerät der MN. Finde ich richtig cool. Und zwar haben wir hier Hof zur Holzindustrie. Zack. Der wird zwar jetzt bald an den anderen anstoßen. Aber das ist auch nicht so tragisch. So. Have fun, my friend. Wir hören uns schon später nochmal. Wir haben kein Fahrzeug mehr im Hof. Ist das so richtig? Doch, der, der Tele-Lader hier. Der kleine, treue Tele-Lader. Das ist übrigens schon das neue Modell, ne. Wurde sich gewünscht von euch. Habe ich gekauft. Äh. Oh, der Futtergang muss gereinigt werden. Da kommt der Abfahrer. Aber da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Weil läuft alles automatisch. Das ist eben das, was ich mag. Man muss sich nicht mehr drum kümmern. Das ist mega easy. Also mega easy klingt jetzt wieder voll abgehoben. Aber es ist wirklich, wenn man sich ein bisschen damit befasst, eigentlich ganz okay. So, wenn wir mal Zeit haben, dann machen wir mal hier den Futtergang ein bisschen sauberer. So. So. Weil die Sauberkeit muss schon passen, ne. So, wir sehen hier, dass irgendwo Saatgut fehlt. Da kümmern wir uns sofort drum. So, 400 Liter feinstes Gras. Gehen wir wieder zurück. Und dann läuft das schon wieder hier. Ach, yo. Also, es ist irgendwie schon beruhigend mittlerweile, muss man fast sagen, ne. Wenn du mal den Stress abgegeben hast. Abgegeben ist vielleicht das falsche Wort, aber. Wenn du wirklich jetzt siehst, okay, es läuft. Dann ist das schon eine andere Musik, ne. So, wo ist denn der JCP? So, muss ich jetzt ganz kurz nochmal nachgucken. Der braucht noch eine Stunde, acht und... Ne, drei Minuten habe ich schon gedacht, okay. Alle. Mein Freund, was machst du denn da? Ich habe... Ja, ich habe vergessen, den zu aktivieren, dass er mir sagt, wenn er da ist. Mein Fehler. Mein Fehler. Aber kein Problem, weil er startet jetzt die Produktion der Rinder. Da sind wir schon ein bisschen froh drum, ne. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Trigger hier. Falscher Trigger, ehrlich. Da vorne steht Silage, ne. Werner, du kannst auch einfach mal ein bisschen gucken, ne. Das wäre auch viel einfacher. Da steht nämlich Kraftfutter und hier steht Silage. So, das heißt... Ah, warte mal, das heißt... Ah, ne. Ist schon richtig. Das heißt, es gibt zwei Ställe von denen. Ist auch kein Problem. Auch hier steht Silage. Ja, lol, Werner. Einfach mal ein bisschen Augen aufmachen. Dann wäre das auch ein bisschen einfacher. So. Gut. Nochmal umfahren. Ich wollte gerade in Anhänger einsteigen. Funktioniert nicht so gut. So. Aber jetzt müsste es aber funktionieren, ne. Aha. So, jetzt gucken wir mal, ob das wirklich auch gut funktioniert. Dann müssen wir aber auch noch ein bisschen automatisch automatisieren hier. Weil ich Bock drauf habe, dass er mir das alles automatisch ablädt. Ich finde das so geil, ne. Dass das Dach keine Kollision hat. Guck mal hier. Das guckt zwar oben raus. Ist zwar kacke. Ist mir vollkommen klar. Aber es funktioniert. So, hier kommen wir noch raus. Hat er gesagt. Läuft. Da müssen wir mal richtig viel Zeit haben. Müssen wir da mal ein bisschen was machen hier. So. Jetzt. Ja, sofort. Sofort. Der Abfahrer kommt da. Hier. Da. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig jetzt. Und zwar wird das eine Felderweit. Und das wird jetzt ein bisschen krasser. Und zwar Wiese 100. 111. Richtig. 14,8 Meter. Ist das so richtig? Ja. Beginnen denn hier. Zweimal vorgewendet. Und konfigurieren. Weil das wird unser neuer Ballenpresskurs. Seid ihr ganz offen und ehrlich, ne. Ja. So. Wir werden das Ding erstmal anmachen. Und ich werde jetzt sehen, dass das Ding wirklich sehr groß ist. Also es ist wirklich sehr groß. Aber ich finde es auch irgendwie richtig cool, muss ich sagen. Bei der ersten Bahn könnte es sein, dass er noch ein bisschen rumhakt. Aber ist nicht das Problem. Guckt euch mal die Arbeitsbreite an, bitte. Also das ist schon eine andere Musik. Muss man es einfach mal so sagen, ne. Ich muss gucken. Ja, mit Visa wird es gespeichert. Speichern. Visa 11. Ja, lol. Visa 11. Schwaden. 14.8 M. Weil, man muss natürlich wissen, wie du schwadest, ne. Klar. Äh, so. Du bist hier. Ah ja, hier. Genau, wegen Holz wäre es gewesen, ne. Ach, der MAN ist dahinter, deswegen. So, hier wird nochmal aufgefüllt, bitte. Wäre schön. Dann schnappen wir uns nochmal den MAN. Da muss nochmal Paletten laden. Und zwar, äh, müssen wir den um... Ne, ist auf Palette ausgewählt. Sehr schön. Uh. Und dann wählen wir gleich nochmal hinten aus. Oh, der ist aber nicht richtig ausgewählt. Jetzt aber. Sehr schön, vielen Dank dafür. Dann fangen wir mal zum... Habe ich einen Kurs von der Holzindustrie zu Holz verarbeitet? Natürlich habe ich einen Kurs. Äh, let's go. So, Fahrstatt sollte aufgetankt werden. Der ist aber jetzt fertig, wie ich sehe. Sehr, 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 sehr gut. Das ist super. Alter, ich habe schon bewirktet, dass ich da mit dem Tankwas nochmal hochfahren muss. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Hast du gut gemacht. Muss man, muss man sagen. Hat er wirklich super gemacht. Wir könnten theoretisch das Mehlwerk schon verkaufen. Weil... Der Big X wird kommen. Der wird kommen und der wird bezahlt aus diesen Silageballen, die hier bald gepresst werden. Beziehungsweise wird er sogar pressen, glaube ich. Genau, wir fahren dann von oben hier runter. Und dann zum Hof. Tanken der Schnuckelschirmmann auf. Waschen lohnt sich eigentlich nicht. Die Presse steht schon bereit am Händler. Und dann kann es losgehen. Weil wo... Warum warten? Bin sehr gespannt, wie viel da rauskommt, weil wir haben das Ganze hier gestriegelt, ne? So, meine Leute. Du bist wieder angekommen. Sehr schön. Äh... Was wollte ich jetzt mit dir machen? Lass mich kurz überlegen. Lass uns mal ganz kurz gucken hier. Wegen dem Stand des... Der Lagerstände. Oh, lol. So. Silage genug. Stroh. Ja, Heu haben wir auch noch ein bisschen. Gras wird ein bisschen knapp, ne? Aber da sind wir schon bei. Wir können noch mal eine Runde Raps... Ja, wir lassen... Komm, lassen wir noch mal eine Runde Raps zur Raffinerie runterbringen. Der ist... Der ist wirklich immer unterwegs. Der ist immer unterwegs, der LKW, ne? Äh... Raps, Raps, Robbity, Raps. Jawoll. So, dann kümmern wir uns mal ganz fix um den Deutz, weil der kann auch nicht mehr weiterarbeiten, ne? Der Deutz. Man könnte es auch automatisieren. Ähm... Aber dann fahre ich halt gar nicht mehr Traktor, ne? Also ich bin schon für automatisieren, auf alle Fälle. Aber, ähm... So ein bisschen was würde ich halt schon auch selber machen, ne? Wir werden es heute wieder nicht schaffen, Goldnagels zu sammeln. Es ist ein Wahnsinn. Naja... Es wird wieder ruhigere Tage geben. Sagt er und wusste, dass es nie eintreffen wird. So, Klappe auf. Einmal voll machen, bitte. Auch nicht mehr so viel Saatgut da. Müssen wir uns auch mal drum kümmern. Aber, ja, wie gesagt. Wir müssen uns um so viele Sachen hier kümmern, also... Aber ich glaube... Ich glaube aber nicht, dass es möglich ist, wirklich alles zu bespielen. Da kommt ein Auto. Glaube, das ist nicht möglich. Alleine. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, und ich nehme noch den und den mit rein. Und den und den und so weiter. Ja, aber nein. Habe ich keine Lust zu. Also, nicht, weil ich die Leute nicht mag. Ist jetzt ganz egal, wer. Aber ich möchte das Ding einfach als Singleplayer weiterführen, weil ich das einfach so cool finde. Und ich möchte auch nicht gebunden sein mit den Aufnahmezeiten, weil... Ich nehme jetzt zum Beispiel spätabends auf, wo die anderen schon alle schlafen. Da nehme ich jetzt noch ganz fix ein bisschen hier den nordrheinischen Marsch auf. Weil ich es einfach cool finde. Und weil ich einfach den nordrheinischen Marsch immer aufnehmen kann. Weil ich immer Bock darauf habe, auf das Projekt. Und das möchte ich mir halt einfach nicht nehmen lassen. Einen wunderschönen guten Tag. Seid ihr denn alle komplett bekloppt hier? Was ist denn hier eigentlich los? Paletten. Weißt du, wo wir jetzt Paletten hinbringen? Ich weiß es. Zur Zellstofffabrik. Zur Zellstofffabrik. Das heißt, wir müssen zum Hof fahren. Hier wird auch nichts mehr gemacht. Mann, 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 Mann. So, ach gut, dass hier keine Paletten rumstehen. Lol. Warte mal, wie viel steht denn hier noch drin? Oh Gott, die steht auch noch rein. Die haben schon einiges produziert, das muss man einfach mal so sagen. Holzverarbeitung zur... Zum Hof. So, wenn wir das haben, dann haben wir das andere. Du bist angekommen, mein Freund. Sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Aber, liebe Leute, wir sind tatsächlich schon wieder fertig. Ich weiß, die Zeit vergeht hier wie im Flug. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Zu einer weiteren Folge auf dem Nordphysischen Marsch. Ja, bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.